Verarschen? Verarschen? Oder ging das? Ich glaub das ging sogar mit der Ranch Ich glaub das ging sogar mit der Ranch Du mich jedem vollfressen Ja, das war mit der Ranch Ich sterbe Oh, Feuerskelett Okay, down Wrong Wow, 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 wow Die ist voll einfach, die ist vorm Box Ah, ich sterb gleich Nein, sterb Hohohoho Ich tu mich eben auch vollfressen und Leben reggen Das ist das praktische, wenn die ganzen Kisten mitgenommen werden So, jetzt brauche ich nur noch Pfeile, ich hab unbreakable Bogen Aber der ist fast kaputt Wo hast du die denn gesheatet? Warte, komm mal her, ich hab zwei Pfeile jetzt Du kannst besser damit umgehen Dirt Creeper, Dirt Creeper, Dirt Creeper Ähm, es ist eine Quest fertig, ne? Ja, warte Bei Zeit Quest ganz unten Okay Und zwar das mit der Scrum Box Oh Oh ja, Portal Tank muss man machen Harden in Portal Tank Rainforest Portal Tank Wow Okay, Nessen Ball So Ah, da unten ist auf Auf jeden Fall was Vor allem, man kriegt ne Scrum Box nochmal Ja Da ist ne Scrum Box drin Und in der Scrum Box Und in der Scrum Box Nicht verarschen, ist noch ne Scrum Box drin Und in der Scrum Box ist ne Leere Ja, und wir brauchen unbedingt bessere Sachen Du machst eine Scrum Box, du kriegst drei Scrum Boxen Ist natürlich geil Ja Und zwei Reward Packs basic hab ich bekommen Können wir die auch abgeben, ja, ne? Welche? Und die sind Reward Packs oder was? Oder was meinst du? Die Reward Packs, die musst du öffnen Ja Zehn Dropper Äh, im Side Quest, in der Side Quest sind die Ich hab 20 Dropper drin gehabt Boah Was sollten wir mit so vielen Scheißen? Die brauchen wir bestimmt viel später Und wir brauchen Diamanten oder so'n Quatsch Damit wir mal nen Tisch machen können Mit Obsidian und so und was Ihr werdet Coins noch bekommen Wow, 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 wow Ich hatte einfach einen Reward Packs Und einen weiteren Reward Packs Ja, ist doch gut So schlecht ist das gar nicht Manchmal hat man mehr Glück, dass man da noch was Gutes drin hat Ach du Scheiße Oh Ich geh ganz kurz nochmal schnell nach oben Mein Inventar ein bisschen leeren Ja, weil du auch Coins bekommst Und du hast auch Coins bekommen Black Oh ja Oh ja Kannst du bitte in die Essence Kiste dann tun, ne? Ja, was kann man damit machen? Was craften Coins, Decks und so Jetzt gibts da auch noch einmal Questen für Okay Dass du zum Beispiel bei dem einen Ähm Ein Bug Also ein Bag draus machen musst Okay Und dann haben wir hier noch was mit Fisch Mit Farbe Mit Coins Keine Ahnung was das ist Und mit so einer hier Ähm Kartoffelbatterie Keins Ich hab nur noch zwei Leben, ey Danke Du hast die Kost noch nicht abgegeben, ne Black? Äh Flash Ah, sterb gleich Bau dich ein Ich hab nix im Bauen Oh doch Muss ich warten bis Flash seine Coins trinkt Ja ich muss jetzt erstmal leben, ich hab nur noch ein Herz Und noch super Entweder brauche ich Blaze, entweder brauchen wir Blaze Power dafür zum Trink herstellen oder zum Verzaubern von Sachen Weil wir haben so viel Level mittlerweile Ich denke das ist richtig gut Hm? Das ist richtig gut, dass wir Trinke haben Ja ich weiß Wir haben hier drei ME Schätze drin Okay Ah Fick die Spinne Ja weiter, ne Nein Hm Boah ich hätte das Loch da ernsthaft nicht öffnen sollen Was ist das zu Black? Äh hier waren irgendwo eben noch Pfeile drunter Ja Ich hab 30 Fire Charge Okay Bitteschön Hallo Ja so die Coins kommen gleich Hm Hä gab's da auch Coins bei Ja 30 Stück Ja Ja 30 Stück Ja 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 Wir brauchen irgendwo wo wir Essen anbauen können richtig viel Äh Weil die Melonen halten auch nicht irgendwann an Haben wir Lava? Hm Nee Ah das Dem Gürtel hier oben das Teil Welches? Das schwarze? Das äh über der Essensküste? Nein das andere Das ist wahrscheinlich nicht die Rede Der Der hatte noch ein Stack von diesen Coins drin Ah ich hab bei mir nur die Bienen drin und sowas Ja ich seh ich Kann ich halt auch zugreifen halt Ob Ja Ob Heißt ob Cheater Ja ist doch egal Blub Blubblubblub Wir müssen ja so oder so zusammenarbeiten Wiss ich Wir waren nochmal Kekse Weizen Zwei Weizen und ein Coco ne Okay So Ähm ja Ja Ich komm sofort Ich muss hier ein bisschen Essen holen Hm Mach mal Ich glaub ich tu die zweite Ebene um funktionieren dass wir da ein bisschen mehr Essen holen Coins kommen in die Kiste Ja Ich hol mir sofort raus Ah ja Gunpowder Ich hab noch ein paar mehr draus Hätt die anderen nochmal gleich mitnehmen sollen Sugar Sugar Dann wird gleich die nächste Quest fertig sein Dann haben wir die Ach die sind da oben drin Ähm Ähm Wieso Nein Flux Capicator Okay Wieso Ich hab mir mal die vier Eier hier rausgenommen ok Ja die kommen unten hin Ja Wollte da reinwerfen Ja Wieso nein Flux Capicator Boah Ehrlich Boah Boah Wir sollten Ah wie könnte man Enderidium nochmal machen Iridium Enderidium Keine Ahnung Pulver Enderium meinst du Rederium Ja Enderium Achso wir Unmengen an Dement hatten bei Monster Ja Resonanz Ender Bucket Boah Traust du eine ja hier kannst du haben Beide ich auch mal machen Boah Boah Wie viel wir da gemacht haben Ich hab ne neue Trophäe Hat ja nichts zu tun Lass mich Magic would und Endercore Ehrlich Das wären ja immer teurer Daowensch, Wald, Yellow Puppet Dye Sian Dye, Light Grey Dye Boah, jetzt brauchen wir erstmal die ganzen Farben auch noch Sehr gut, ich liebe die Farben Wir müssen noch Billion herstellen, ne? Oh, ich hab ein Ei bekommen, cool Dann kriegen wir Billion, 4 Reward Bags, 5 Bags und nochmal 2 Reward Bags Okay Jetzt aber Nein, doch, ich hab ein Ei bekommen Ja, das ist viel zu Baaai Ab wie dein Mann, 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 Mann Sind das Eisenklamotten? Ja Fleißen haben wir eigentlich Ich glaub nicht wirklich viel Nein, wir haben 4,5, äh, 3,5 Stacks haben wir Wo ist denn der scheiß Pulverweiser? Da Null Was denn? Was denn? Die, äh, Tintenfisch, Dingens Oh nein, der hat Wasser aktiviert Ich hab dich wieder weggemacht Ist geil, ne? Black 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 Was ist mit dem Golem? Der ist auch nur da Ja Hatten wir nicht zwei Solar Generator? Oder hatten wir da nur einen? Wie ging denn nochmal ne Time Machine vor zwei? Eine Time Machine? Mhm, ne Time Machine Ach, Time Die ist ja voll Ja, momentan müssen wir ja nix davon herstellen Wovon Von dem Zeug Von dem Zeug Na ja, das stimmt Pay to win, okay Ja Ja Blip, 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 blip Äh Shit Wo war die andere? Hä? Was denn? Was denn? Wart mir hier Äh, da sind die Kabel Um Coins benutzen, Sachen zu kaufen Um Sachen zu kaufen Ja, wenn du, ähm, bei Pay to win gehst Da steht 8 Coins Aber, was soll das Du bekommst dann die Sachen Das hab ich doch schon gemacht Wir brauchen viel von diesen Decks noch Aber ich glaub bei Black Nee, nee Ach, die kannst du immer machen Pay to win kannst du immer machen Okay Alle vier Stunden Kostet halt 8 Coins, ne? Aber je größer wir es haben Natürlich gibt's halt größte Packs, ne? Ja Lange mal ganz kurz Oh, wir brauchen 16 Stacks Was? Uranium Ohr für 8